hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu foundation in der letzten folge haben wir bäckerei und windmühle gebaut und jetzt bleibt zwar weg von meinem dorf haben schon 50 einwohner und ich habe irgendwie problem damit ja es geht voran würde ich sagen ich würde jetzt hier aktuell noch einen förster hinsetzen also ein holzfällerlager halt das mit dem roten kreis das verstehe ich noch nicht so ganz okay so ein einflussbereich wo kein anderer stehen dürfte ich weiß nicht sind unsere überhaupt noch da unten unterwegs weil der wald steht noch der steht noch ich sehe das aber wahrscheinlich ist es dann der schnelle einfluss bei ich check's nicht und ich brauche dann auch noch feld im platz für schafe oder eigentlich müsste ich den wald nach oben verlegen irgendwie fertiggestellt holzfällerlager rein mit den jungs und wir sollten bald auch mal eine kirche bauen was kann ich hier machen große halle war damals wenn ich mehr goldplatz brauche zum beispiel gebäudeteile schatzkammer große halle studienraum eingelärten zuweisen der macht punkt ich habe ich bearbeite sage ich gebe jetzt gehen das hier dazu das kriegte das mit dem stock das könnte ein problem sein deswegen geht mir das vielleicht weg machen weiter wir doch mal nach hinten ein paar glücke so kommt hier noch zum tümpchen hin das schaut irgendwie sehr interessant aus mein freund der kommt auf dieselbe höhe ich würde sagen auf beginn dann hätten wir zwei speicherkammern noch ich glaube das ist ja gar nicht doof alter das wird langsam hier ein gewusel wie geht es hier oben mit dem wald wird der mal langsam hier weg gemacht ich hab doch voll viel eigentlich zum verkauf geschickt oder ich check das gleich noch nicht so ganz dafür brauche ich 20 gewöhne ich kann die hier unten freisch halten kaufen die auch bitte holz bitte was kauft ihr alles kauft fisch kauf tonig das sind eigentlich die profitapseln weil die auch holz kaufen aber heute nicht so was wie ein händler zum beispiel auch und wir sind voll an geld ich mag es mal erwähnt haben aber wir haben zu viel geld wo geht das geld hin also ich verstehe nicht warum es teilweise plus 33 und dann wieder plus 30 ist aber das ist weil der handel schwankt ich weiß es nicht haben wir schon ein brot auf lager ohja menge sogar dann würde ich sagen müssen wir wieder im dorfplatz bearbeiten noch einen lebensmitteln noch einen lebensmittelsbestand aufstellen so hier kommt abankal hin dann sperren wir also ich habe irgendwie das gefühl am besten geht echt die scheiß bären er dürfte alle zu leib eignen werden alles gut ihr werdet alle leib eignen solange mir dann mehr kohle bringt ist alles super zauern ziehen beim nachher ist es alles wertvoll los aber wir sind eh abreißen und dann umziehen mit dem dorfplatz so was ist das denn warenstand verkauft ressourcen typen waren an die dorfbewohner was wir waren kann ich mir denn da vorstellen ich weiß es nicht Baubeginn jetzt mal haben wir keinen der uns stoff verkauft die mal andere blöde frage nee keiner den stoff müssen wir selber herstellen aua bedeutet diese blöde farm ist echt wichtig aber ich kann euch mal hier das erntefeld weiter ziehen aber wie scheint interessiert euch ja nicht da oben was hinzubauen dann tun wir das da oben halt wieder wegzeichnen und dass ihr mal hier ordentlich anpflanzt ne das ist das für was ihr da seid es passiert eigentlich so viel ich finde es halt so cool dass sich dieses dorf eigentlich oder diese wohnungen von selber erstellen du sagst nur wo und dann bauen sie wo sind eigentlich meine bauarbeiter schon wieder die lungern schon wieder irgendwo rum bist du arbeitslos ich glaube ich könnte nochmal einen baumeister brauchen wir sind hier schon nicht wieder am arbeiten das ist schon wieder oh gott wie viel hat der eigentlich verkauft das ist mal ganz blöde frage kann ich das irgendwie sehen so anschauen wer hat was verkauft fisch diese woche wurde nichts verkauft wieso wird kein fisch verkauft 60 fucking wären aber kein fisch ey seid ihr keine fischliebhaber oder so oder wollt ihr vor fisch erst beim brot damit ihr ein fischsandwich hier zahmen klack sind bumm zusammenbauen könnt ich bin ja gespannt ob die brot essen ansonsten habe ich echt hier probleme bau fertiggestellt wohnhaus alter da kommen voll viele wohnhäuser aber wir haben schon wieder so viel kohle wir bauen und kaufen uns immer nochmal ein territorium hier die großen territorium da die folge ist kaufen wir das hier oben dann kaufen wir das reißen den wald weg und machen hier richtig schön felder hin da könnte ich halt dann einfach wirklich sagen hier ist waldgebiet und alles weg jo machen wir so ja was er jetzt wird ohhhh Menü geöffnet ich hoffe beim nächsten mal ansehen machen die es schlauer wie ist aktuell das mit der abbauphase alles was da drin ist kann weg und dann den wald da oben auch gleich mal mit abreißen hier ne ich brauche das nicht unbedingt aber alles was da oben ist wäre schön damit wir das da freilegen wir brauchen Platz für unser Dorf oh warcraft the beginning ist gleich auf kurs 4 oh ach das herrenhaus haben sie die ganze zeit gebaut jetzt weiß ich was los war das ist vielleicht immer n bisschen du da morgen 30 bären ja das ist easy wir haben uns wieder das da und sagen zack schon haben wir wieder und dann holen wir so unstück da lande aber ich hoffe es einfach mal ich habe irgendwie so viel territorium ohne gerade sagt dann kommen uns das als nächstes und das wir können wir nach da erweitern auch immer dahin was ist deswegen kommt der weg her also dass der fest ist ja eh schon klar war ja sein gewonnen wobei laufen bis unten haben sich nicht auf die entschieden rennen zu kommen und schaut aus haben jetzt hier schon mal ich fange ob der laden da schon nutzbar ist da ist zwei von zwei markt aber dann da steht denke ich mal nicht das würde interessieren auch an wirken das die baut die nicht mehr felder setzart die fläche stimmt ja wir können in die schäferei hinsetzen und dann für die schäferei brauchen wir eine die wehberei die setzen wir wieder hier unten im dorf so wie der aufgaben hat genau und hier oben muss ich ihm noch sagen was die einzelnen gebäudeteile sind weil der hatte zum beispiel noch keine funktion der schatzkammer 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 jetzt habe ich schon 1600 das sollte für den anfang reichen dann kann ich immer schön zwei gebiete kaufen und habe immer noch genug auf lager also voll weit läuft das ist so richtig downtown außen so ganz gemütlich verbreitet um in der stadt nicht zusammen wochen dann noch mit dorfkirche was machen welchen knopf drücke ich denn gerade ach so hätte ich auch so machen können aber ja sagen was man kann ich will ja immer noch eigentlich dass wir hier drüben das alles hinsetzen die straße gefällt mir so oder so nicht die würde ich am liebsten weg radieren aus dem spiel weg alter die investieren voll kann ich denn jetzt schon meinen anderen freund hier einladen oder eher weniger oder weniger bearbeiten lebensmittelschein verkauft versuchten nach und an die dorfkirche denn doch gar nicht gesagt dass der brot zum beispiel verkaufen soll wie ich sie einstellen kann warum geht denn das nicht ich verstehe zum beispiel auch nicht warum ich hier zum beispiel nicht verkauft wird ich bin echt daran dass ich noch kein stoff haben man weiß jetzt ein bisschen du fertig das geht schnell 2,3 hier rein wie lange braucht ihr noch oh gott wir brauchen noch wohl äh werkzeug haben wir bitte was auf lager ja 25 jetzt haben wir langsam territorium muss ich bloß wir können das doch noch da oben verlegen oh that's a idee wir machen hier so ein bergdorf halt raus oh da müssen wir aber gleich mal territorium kaufen hier irgendwas ist das für ein komischer button hohe stein mauren hecke damit ziehe ich mauern was soll denn eine hecke bringen äh statement management hier ich habe jetzt territorium über da ist es meins und somit tun wir jetzt neue flächenanzeichen zur wohngebiete das geht alles hier hoch alles wohngebiet machen hier noch so ein bisschen frei einfach damit was schon das muss ja auch irgendwie atmen muss das die die ihr dürfte alle gerne leib eigene werden damit habe ich absolut kein problem ach schau jetzt ziehen sie schon da oben die wohnungen auf und dann würde ich hier unten wieder absagen ob die dann ausziehen wenn ich da unten das weg mache wenn ich so sage hier ist kein dorfgebiet mehr ziehen die dann oben das interessiert mich jetzt richtig als habe ich ja gesagt hey unten könnt ihr nicht mehr leben kein wohngebiet mehr kann oder kann ich muss ich das denn nicht abreißen oh das muss ich dann abreißen ahu also kann ich entscheiden wann die umziehen das ist auch gut würde ich nicht machen sobald ich hier oben die kirche errichten wir die kirche hier oder errichten wir die kirche hier mhm Fragen über Fragen aber langsam schaut es echt gut aus habt ihr das blöde Teil denn jetzt mal fertig oh ja habt ihr fertig sagt mir das doch mein Gott nicht Bescheid sagen können sie sonst absolut noch nichts wirklich nach Plan aber nicht bauen hier unten weg damit baut oben Gott diese Straße die macht mich fertig aber ich würde sagen das war's für diese Folge ich hoffe euch gefallen wenn ja lasst unbedingt einen Daumen nach oben da das würde mir zeigen dass euch diese Serie gefällt und dass ich weiter machen soll mit der und was mein Lord laut Vorhersager erwarten wir schlechtes Wetter ich empfehle so viele Lebensmittel wie möglich anzuhäufen solange das Wetter mitspielt wir haben tonnenweise Essen sie essen es bloß nicht und ich weiß noch nicht genau warum aber ich würde sagen das war's für diese Folge wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja bis zum nächsten Mal Ciao Everything changes zeig Schwer dass ich mich